Meine Mutter wurde während der Pandemie zur Alkoholikerin. Und nein, ich rede nicht von Bier, Cocktails. Es war buchstäblich Alkohol. Ein Desinfektionsmittel. Verrückt, oder? Sie mischte es in der Dusche mit Wasser und manchmal dachte ich, sie würde es auch trinken. Nun, ich hoffe, dass ich mich in diesem Punkt irre. Eines Nachts sprang ich aus dem Bett, als ich sie schreien hörte. Ich eilte in ihr Zimmer, konnte sie aber nirgends finden. Ich war überrascht, als ich den Kleiderschrank öffnete. Sie war da drin. Was ist passiert, Mom? fragte ich sie und knirrte mich hin. Ein Hai hat mein Alkohol genommen und will mich auffressen. Er ist unter meinem Bett, schrie sie, während sie stark zitterte. Aber wir haben nicht mal einen Pool, Mom, sagte ich. Daraufhin hat sie mich genau angesehen und begann zu schreien. Als wäre ich das ekelhafteste Ding auf der Welt. Halt die Klappe und komm mir nicht zu nahe. Du hast keine Maske auf und keine Handschuhe an. Geh und hol sie. Ich seufzte und sprang auf die Füße, bevor sie hysterisch wurde. Einmal kam ich von der Schule zurück und fand sie mit riesigen Blasen an den Händen, weil sie sie hundertmal gewaschen hatte. Die Virusfälle waren seit mehr als einem Monat auf Null, aber sie hatte sich benommen, als gäbe es eine Zombie-Apokalypse. Eines Tages brachte meine ältere Schwester Steffi ihren Freund mit nach Hause. Und Mama ließ sie nicht einmal rein, bevor sie sich nicht die Schuhe ausgezogen und das spezielle Outfit angezogen hatten, das sie gemacht hatte. Und das war total lächerlich. Steffi sagte, sie sehen aus wie Astronauten. Jedes Mal, wenn sie liefen, quietschen sie. Mama hat die Paranoia auf ein ganzes neues Niveau gehoben. Sie sagte, die Nachbarschaft von Steffis Freunden sei gefährlich und sie will kein Risiko eingehen. Geh weg mit deinem ansteckenden Freund, schrie Mama sie an, während sie natürlich mindestens zwei Meter entfernt stand und Desinfektionsmittel auf sie spritzte. Meine Schwester war das sehr peinlich und sie beschloss, nie wieder nach Hause zu kommen. In der Woche danach sah meine Mutter meinen älteren Bruder Seth mit dem Müllwagenfahrer reden. Sie weigerte sich, ihn wieder ins Haus zu lassen, es sei denn, er würde ein Bad mit Wasser und Alkohol nehmen. Im Hinterhof. Seth war wütend. Ah! Hör doch endlich auf mit diesen blöden Abstrich-Tests, Temperaturkontrollen und Quarantäen. Du reagierst einfach über, das ärgert mich. Seth schrie sie an, als er fröstelnd hereinkam. Was ist, wenn ich das nicht tue? Gehst du dann, so wie deine Schwester? Ja, das werde ich. Ich bin fertig mit dir. Du bist verrückt. Gut, schrie Sethi an und am nächsten Tag packte er seine Koffer und ging. Und jetzt war nur noch ich und mein Zwillingsbruder Sean übrig, der ein totaler Idiot zu uns war. Eines Abends hörte ich Mom in ihrem Zimmer weinen. Ich stellte mich hinter die Tür. Warum hast du mich für diese Goldgräberin verlassen? Du hättest hier bei mir bleiben können und dich um alle kümmern. Papa hat Mama vor Jahren verlassen und wir haben nie erfahren, warum, obwohl wir sie oft gefragt haben. Sie sagte immer, er kommt zurück. Ich weiß es. Er wartet nur ab. Oma war auch wegen des Virus weg und das hatte Mom noch schlimmer gemacht. Sie tat mir leid. Ich dachte, ich könnte ihr vielleicht ein Kakao machen, obwohl ich wusste, dass sie vielleicht schimpfen und es nicht trinken würde. Sie wollte nicht, dass jemand ihr Essen anfasst. Ich sah Sean, der ein Onlinespieler auf seinem Handy spielte und seine schmutzigen Füße auf den Tisch legte. Was zum Teufel machst du da, Sean? Mom wird dich umbringen, warnte ich ihn. Ach ja, wie wäre es damit? Er grinst und begann dann plötzlich zu husten. Mom kam aus ihrem Zimmer und rannte auf uns zu wie ein wütender Stier, bereit zum Angriff. Wer hat da gehustet? Ich habe einen Husten gehört. Sie sah uns an. Es ist Sammy, sie hat ganze Zeit gehustet, sagte Sean zu meinem Entsetzen. Ich versuchte zu leugnen, aber Mom schnitt mir das Wort ab. Dann genießt du noch 14 Tage im Keller, rief sie, während sie mich die Treppe runter zerrte. Mom, nein, bitte, schrie ich, als sie mich wieder einmal einsperrte. Sean hatte gerade seine dritte Quarantäne hier hinter sich und die letzte war wegen eines einzigen Niesers gewesen. Ich musste raus. Am Freitag war die Geburtstagsparty meiner besten Freundin Amy und ich hatte sie seit Beginn der Pandemie nicht mehr gesehen, weil ich Online-Kurse hatte und meine Mutter ließ keinen von uns aus dem Haus. Amys Bruder Harry würde auch da sein und ich war total verknallt in ihn. Ich musste etwas wegen Mom unternehmen. Oben hörte ich wieder einen Schrei. In Panik trat ich gegen die Tür, bis jemand öffnete. Ich stürmte nach oben und sah meine Mutter, die einen Baseballschläger in der Hand hielt und auf das geschlossene Fenster starrte. Geh und kontrollier die Türen. Stell sicher, dass alles verschlossen ist. Sean kam rein. Was ist passiert? fragte er. Ein dreckiger Mann in einem Kapuzenpulli hat versucht hereinzukommen. Er hat an meinem Fenster geleckt. Er wollte unser Haus infizieren. Er wollte mich umbringen. Mom sah entsetzt aus. Sean und ich versuchten, sie zu beruhigen, aber wir bekamen beide den Schock unseres Lebens, als sie den Schläger auf uns richtete. Keine Maske, keine Handschuhe, kein Gesichtsschutz. Zurück, schrie sie. Sean sah mich an und sagte, deine Mom ist offiziell verrückt. Ich bin sicher, du bist so stolz. Ich zerrte ihn aus dem Zimmer und sagte, du bist nur gut darin, dich über Leute lustig zu machen. Das war's. Ich kontaktierte Dad. Er muss was dagegen tun. Klar, nur zu. Frag ihn, ob er dich danach mitnimmt. Ich hab die Nase voll von Mom, sagte Sean frustriert. Sie braucht uns dieses Mal und wir müssen unseren Teil dazu beitragen, sagte ich. Wie auch immer, ich werde die Woche über bei meinem Freund bleiben. Sag Mom, dass der Heim mich gefressen hat, wenn sie mich suchen kommt, sagte er. Wie konnte er das nur der eigenen Mutter antun? Ich wollte gerade den Krankenwagen rufen, als Mom auftauchte. Du, du solltest in der Isolation sein, schrie sie, während sie den Lampenschirm aufhob und drohte nach mir zu werfen. Mom, bitte lass es sein. Ich werde jetzt meine Maske aufsetzen, sagte ich. Sie ließ den Lampenschirm fallen, sobald ich meine Maske aufsetzte. Dann setzte sie sich auf die Couch, die sie in eine spezielle Plastikfolie eingewickelt hatte und brach in Tränen aus. Es tut mir leid, Sammy. Es tut mir so leid. Jetzt heulte sie. Ich besprühte mich erst mit Alkohol, bevor ich mich neben sie setzte. Es ist, als hätte ich eine besondere Sehkraft und ich kann Viren und Keime überall sehen, sogar wenn ich meine Augen schließe. Ihr Weinen wurde lauter, aber es hörte auf, als ich sie umarmen wollte. Am nächsten Tag bestellte ich Eis und Pizza und log, dass ich alles selbst gemacht hatte mit sauberen Zutaten aus dem Kühlschrank. Dann begann ich plötzlich vor ihren Augen unkontrolliert zu husten. Oh nein, das war wahrscheinlich das eiskalte Eis. Mein Herz fing an zu rasen, als meine Mutter wieder in den Verrücktheitsmodus schaltete. Sie schob wütend den Esstisch um und schrie, dieser dreckige Mann steht hinter dir. Los, dreh dich um! Ich drehte mich um, aber ich konnte einfach niemanden hinter mir sehen. Bist du sicher? Ja, fragte ich. Ich schwöre, er war hier und er hat überall hingespuckt. Er will unser Haus mit dem Virus füllen und seinen ekelhaften Speichel, sie schrie, bevor sie nach oben rannte, um sich in ihrem Zimmer zu verstecken. Während ich nach irgendwelchen Anzeichen des schmutzigen Mannes in unserem Haus suchte, sah ich mit Schrecken, dass eins der Fenster in der Küche offen stand. Als ich mich umdrehte, keuchte ich, als ein Mann einen Finger gegen meine Lippen drückte. Er war es, der schmutzige Mann, von dem Mama gesprochen hatte. Er war es wirklich. Ich war kurz davor, in seine Hand zu beißen und zu schreien, aber ich erstarrte in diesem Moment, als er mir sein Gesicht zeigte. Dad? Er zog mich weg und begann zu erklären. Ich habe versucht, mich bei deiner Mutter zu entschuldigen, aber sie schreit immer, wenn ich in die Nähe komme. Ich glaube, sie halluziniert. Deshalb denkt sie, ich will ihr wehtun, sagte mein Dad. Ich konnte nicht glauben, dass er zurück war. Er fuhr vor, zu sagen, dass seine Freundin ihn verlassen hatte und er nirgendwo hin konnte. Er bettete mich förmlich an und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich sagte ihm, dass Mom verrückt geworden sei und er hart arbeiten müsse, um ihr Herz wiederzugewinnen. In den nächsten Tagen öffnete Mom nicht einmal ihre Tür. Sie war in Selbstquarantäne, schon wieder. Ich ließ Dad eine Zeit lang bei uns wohnen, weil ich seine Hilfe im Umgang mit Mom brauchte. Dann eines Tages war Mom plötzlich verschwunden. Dad fand einen Weg, die Tür aufzubrechen, nachdem er seltsame Geräusche gehört hatte, aber sie hatte ein Zettel hinterlassen. Auf dem stand, der Mann kam zurück, genau wie ich es erwartet hatte. Ich sah sogar, wie er sich die Augen riebt, nachdem er die Fernbedienung in die Hand genommen hatte. Ich kann das nicht mehr ertragen. Es tut mir leid, Sammy. Pass auf dich auf. Mami liebt dich, trotz allem. Oh mein Gott, was hatte sie getan? Wir baten die Polizei um Hilfe, um im Haus und in der ganzen Stadt nach ihr zu suchen. Aber es war schon ein Monat vergangen und es gab kein Zeichen von ihr. Eine Weile später war ich im Keller und während ich alte Sachen durchsuchte, lief mir eine große Ratte über den Fuß. Ich kreischte und sprang zurück, verlor das Gleichgewicht und landete auf dem Boden. Stöhnen drehte ich mich zur Seite und bemerkte etwas unter dem Teppich auf dem Boden. Ich hob ihn an und sah eine Falltür. Ich hatte sie noch nie zuvor bemerkt. Ich öffnete sie und sah eine Treppe, die nach unten führte. Ich ging hinunter und war erschrocken, als ich einen riesigen Glaskäfig sah und meine Mutter schlief darin. Es sah blitzsauber aus. Überall standen Handdesinfektionsmittel und Alkohol und auch Kräuterpräparate und Vitamine. Oh mein Gott, sie hatte die ganze Zeit hier gelebt. Ich versuchte, sie wach zu rütteln, aber sie bewegte sich nicht. Ihre Haut fühlte sich kalt an und neben ihr stand ein leerer Behälter mit Alkohol. In Panik rief ich Dad und wir brachten sie ins Krankenhaus. Es wurden viele Untersuchungen an ihr durchgeführt und die Ergebnisse zeigten, dass ihr Magen durch die Einnahme von Alkohol gereizt war. Sie bekam eine Behandlung dagegen und begann sich besser zu fühlen. In der Nacht weckte mich Mama. Sammy, wach auf, der Hai ist wieder da, sagte sie. Ganz ruhig, du kannst dich entspannen und wieder einschlafen, aber sie deutete weiter aufs Fenster. Ich stand auf, um nachzusehen und war völlig verblüfft, als ich sah, dass ein Haifischschwanz hinter dem Gebäude auf der anderen Straßenseite war. Ich rieb mir die Augen und sah wieder nach, aber es war nicht mehr da. Warte einen Moment. Was war da los? Bin ich auch verrückt geworden? Es war da, oder? Ich bin nicht verrückt, Sammy. Es war da, rief Mom, während sie zitterte. Ich wartete, bis Mom eingeschlafen war, bevor ich alleine aus dem Krankenhaus ging. Während ich die Straße überquerte, hielt plötzlich ein schwarzer Lieferwagen vor mir an. Die Türen öffneten sich und ein maskierter Mann stieg aus, packte mich und warf mich hinein. Ich versuchte, mich zu wehren und zu schreien, aber er hatte mir bereits Handschellen angelegt und meine Füße gefesselt und mir Klebeband über den Mund gelegt. Ich schaute mich um und sah den Hai neben mir. Ich wachte in einem mir unbekannten Raum auf. Der maskierte Mann mit einem jüngeren, kleineren Kerl kam herein. Sie sagte mir, dass ich mich in einem alten, verlassenen Haus, mitten im Nirgendwo befand und ich war am Boden zerstört. Wer seid ihr, Leute? Warum tut ihr das? Was habe ich euch angetan? Ich weinte, während ich an meine Mom dachte. Ich brauche deine Mom, um völlig den Verstand zu verlieren. Aber du bist mir ständig in die Quere gekommen, sagte der ältere Mann, was mir eine Gänsehaut bescherte, denn seine Stimme kam mir bekannt vor. Nein, das konnte nicht sein. Meine Augen wurden groß, als er die Maske abnahm. Papa? Warum? Komm schon, Dad, lass uns gehen, bevor uns jemand sieht, sagte der jüngere Mann, den ich als Jean erkannte. Keine Sorge, mein Schatz, wir werden dir nicht wehtun, sagte Dad. Und ich habe ihm nicht geglaubt. Du kannst für den Rest deines Lebens hier Quarantäne schieben, Schwesterherz. Ich bin sicher, deine verrückte Mutter wäre stolz. Dann lachte er mich aus. Sie wollten gerade gehen, als unerwartet die Polizei reinplatzte, zusammen mit jemandem, der wie ein Astronaut aussah. Mom! Dad und Sean waren überrumpelt, als die Polizei ihnen sofort Handschellen anlegte. Mom rannte dann auf mich zu und band mich los. Sie sah so schwach aus und doch war sie hier und rettete mich wie eine Superheldin. Gerade als die Polizei sie verhaftete, wurde Mom plötzlich ohnmächtig. Wir brachten sie zurück ins Krankenhaus. Und sie wurde auf die Intensivstation gebracht. Ein CT-Scan ihres Gehirns zeigte einen kleinen Tumor. Der Arzt sagte, dass er der Grund für ihre Verhaltensänderung sei. Aber er war leicht zu entfernen. Ich versuchte, meine Geschwister wegen der Krankenhausrechnung zu kontaktieren. Aber sie weigerten sich, mir zu helfen. Steffi sagte, dass sie schwanger sei und wichtigere Dinge zu tun hätte. Seth hatte angefangen zu arbeiten und war auf der Suche nach einer Wohnung. Sie sagten, dass sie mit Mama fertig seien und sich nicht mehr mit ihr beschäftigt wollten. Wie konnten sie so herzlos sein? Es war Mams dritter Tag im Krankenhaus, als unser Familienanwalt kam. Er sagte, dass Oma ein Testament hinterlassen hätte, in dem stand, dass sie Mom alles geben würde, einschließlich ihrer Villa. Ich wusste es. Er hat nur darauf gewartet, dass deine Oma stirbt, sagte Mom. Und jetzt ergab alles einen Sinn. Dad wollte das ganze Vermögen meiner Mutter für sich selbst. Mom erholte sich nach der Operation vollständig und wir zogen nach einer Woche in die Villa. Dann schlug sie etwas Unerwartetes vor. Warum lädst du nicht Amy und den Rest deiner Freunde morgen Abend hierher ein? Ich werde eine riesige Party schmeißen. Ich zwickte mich, um zu prüfen, ob ich träumte. Aber Mom kicherte und versicherte mir, dass sie es ernst meinte. Am nächsten Tag hatten wir unerwarteten Besuch auf der Party. Ich öffnete die Tür und war schockiert, Steffi und Seth zu sehen, die die speziellen Outfits trugen, die Mom gemacht hat. Was macht ihr denn hier? Und warum habt ihr die an? Ich dachte, ihr habt gesagt, es sieht zu lächerlich aus. Wo ist Mom? Wir vermissen sie, sagte Steffi. Wir wollten uns nur entschuldigen. Uns ist klar geworden, dass sie uns nur vor dem Virus schützen wollte, erklärte Seth. Ich war sprachlos. Mom hörte unsere Stimmen und kam runter. Meine Geschwister taten so, als wären sie froh, sie wiederzusehen. Wir haben Geschenke für dich, Mom. Seth gab ihr ungefähr zehn Papiertüten, gefüllt mit Alkoholflaschen, Desinfektionsmitteln, Gesichtsmasken, Handschuhe, Vitaminen und einer Menge Obst. Mom hat nichts gesagt. Sie schnappte sich die Tüten und warf sie weg, als wären sie das Ekelhafteste, was sie je angefasst hatte. Ich brauch sie nicht mehr, stimmt Sammy? Sie drehte sich zu mir um und ich nickte. Seth und Steffi bestanden darauf, ins Haus zu kommen, aber Mom schlug ihnen die Tür zu. Jetzt lass uns zur Party gehen, sagte Mom. Und ich lächelte aufgeregt. Haha.